hallo leute willkommen zur neuen aufnahme slash ausgabe vom crisis 2 fuck 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 da oben nicht nur spaß sondern panzer modus shit ich habe echt verkackt weil es hat leider nicht so richtig gespeichert letztes mal letzt mal waren wir schon mit dem zweiten ding fertig oh hier gibt es eine jaw oder was heißt das zeig mir mal jaw gib mir mal muni keine muni das ist das schiff so chillig so ok dann dann los geht's keine zeit müssen energie aufladen wo ist das schiff nirgendwo gerade ich habe ich sehe die aliens in your face beach ja 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 kann man los geht's weiterer beschuss zack fresse weg was hier los ab zum zweiten energieteil oder ach da ist nur jemand am campen ich treffe nicht ich treffe nicht ja ja ist klar ist klar boah scheiß ich habe mich getötet immer noch nicht wo bin schlecht man geht mir nicht auf den sack ich habe keinen bock drauf so jetzt weiteres ding aktivieren dann sind die schiffe endlich mal hutsch puff und weg vom raketen ding und 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 da seht das pion 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 das ist natürlich geil oh scheiß das ist mein zweites schiff aha ok so granat nachschub das ist natürlich ganz fein jetzt auch munition nehme ich mir auch mit und eine jaw mit noch einen jaw wer labert und wie tralalalala jetzt aber erledigt los raketen ding knall sie ab schneller bei dich los los da kommen zu viele feinde ohne gering da war irgendwo nur ein geiles machine gewehr habe ich gesehen also in der letzten aufnahme kann ich mir nur erinnern lag da liegt es doch auf dem boden ich höchste ach wann die werden gar nicht abgeknallt was das für ein scheiß so jetzt geht es aber echt rein weil letztes mal sind wir hier stehen geblieben ok wie die zivilisten und so ich denke wenn man da reingeht dann kommt erst der save point ah hier ist das gleiche mich gegenüber nochmal da ist natürlich geil das ist natürlich geil so weg damit ähm waffen was gibt es hier für waffen die ist voll die muni hier latsch auch nochmal nach halt die fresse so man das war ein typ der war voll lustig so weiter geht es also ein kumpel von mir rein da ne es wird echt nicht gespeichert ok monitor ausgeschaltet energie sparen energie sparen durchgeben nutzen aha geil meh meh oh man das war geil oh energie sparen oh telefon benutzen oh sammlerstück cool wüsste ich gar nicht da gibt es noch mehr sammlerstücke cool 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 haar monitor ausgeschaltet das ist natürlich geil so wo muss man hin man muss nach oben es gibt zwei wege nach oben rechts und links ich gehe mal hier rechts so ok oh ich kann jetzt nicht mehr schießen coupons panzer modus aktivieren wieso kann ich denn keine waffen doch ich keine waffen doch ne kann ich nicht kann ich überhaupt schießen nein ich kann nicht schießen ich kann nur zielen und gefahr erfalten umsehen aha der ist feuer oder was ist da oh da ist ein monster ich stecke hier mal kurz panzer modus laden wir ein bisschen energie auf äh was passiert kontrollpunkt erreicht ich liebe kontrollpunkte jetzt kann man sterben ja und dann halt wieder nochmal zu leben erwachen ok für was letzte chance wo ist das monster gewesen wo ist wo war das monster da war doch ein monster als modus ok ok ich komme leute ich komme alles chillig ok 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 muni kiste das heißt gleich wird zu dicke baller geben fachs mal kurz auf das ziele sehe ich keine feinde da ist doch ein alien nein wohin läufst du hin du doofest alien so stirb lad nach ja so oh oh auf mich abzuknallen alien stirb oh das ist mein das ist unsere ach ach ist einer von uns wusste ich echt gar nicht oh die haben andere waffen ein l t ag oh boah noch gerettet den typen das monster wollte ihn auffressen fuck ich hab nur zwei leute hier ledig boah das ist natürlich richtig geil die hier so alles zu töten ok die zivilisten aus dem brianpark ok nanokatalisator erhalten so wo sind die zivilisten oh shit ich warte bis sie näher kommt ich warte bis sie näher kommt ich warte bis sie näher kommt boom bitch get off my way get off my way hey get off my way wenn ich sage get off my way dann get it dann get it ja gefälligst aus meinem way hier aus dem weg hier come on stirb scheiß muss ich nachladen oh oh das gefällt mir echt nicht mal kurz nachladen oh oh lad nach schneller mein gott ach die tonne ist schon explodiert so erledigt ok nachladen geht nicht mehr ja Kontrollpunkt erreicht muni und ne das kriegen wir wirklich gar nicht haben hier bald auch lieber das hier das ist doch irgendwie geiler ich weiß gar nicht ob das andere besser ist oh 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 c4 oh ne 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 oh ne das sind granaten oh ja los 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 leute chillig alles chillig oh 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 mein gott was das alien macht ich konnte jetzt gar nicht töten das alien solange es den typen da getötet hat das war aber scheiße vorrücken rüber gucken schießen grenades grenades chillig man oh auf mich leute was ist das denn mein gott die eigenen knallen mich ab stirb alien wo ist das alien da das rote ding da ist er doch der mit dem panzer stirb ich zermatsche eure gehirne so mal kurz nachladen ja was hat er weg geworfen keine ahnung so wo wo gibt es noch eine muni kiste weil die muni geht jetzt wieder leer das ist scheiße mal katalysator halten wie viel habe ich eigentlich schon ach 200 ab 10.000 hole ich mir dann das da ähm oh energie gering oh oh ein soldat von unseren ist tot hoffentlich nicht infiziert mit diesem virus da und in einem bitteren leidenden tot gestorben scheiße kommt noch mehr feinde durch die mitte oh wow wie ich die hasse wie ich diesen Hurensohn hasse ah Hurensohn ah hu wie ich den hasse wie ich den hasse also echt den hasse ich am meisten diesen gepanzerten mann 2 c4 uff das war echt heavy uff das war echt heavy ok so Pazermodus weg äh wo sind die Zollisten eigentlich so kurz ins Wasser uah uah weißt du ich wollte ganz schnell oben kurz in die dusche rein blub mann ist ja hier nach den ganzen langen Stunden oder auch Tagen ich weiß nicht wie lange das hier alles andauert richtig dreckig geworden nein ich wollte Munition holen nein der Typ nein der kommt nicht mit oh scheiße ich hab keine Munition aufgesammelt glatt nach ja jemand hustet wer hustet wer von euch hustet der Typ hier das wäre dann echt scheiße weil hier sieht es nach kontaminierter Zone aus oder so mit diesen ganzen spooky Gängen und so ja 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 also die Typen haben nur so kleine Pissmasken an und sind etwa geschützt gegen den Virus nix da ey die sind bestimmt jetzt alle schon längst infiziert was weiß ich ja das alles so uuhh das mich gemerkt schon ja ja mhm das ja will ich mal ausprobieren so jetzt äh ne zertauscht man die Waffe gegen die hier ja was kann denn die Waffe hier das ist ein Granatenwerfer wie kann man damit schießen ah hier kann man gar nicht schießen damit das sieht echt cool aus aber ich hol mir lieber die Waffe da so ich schaue auf den Granatenwerfer ich hab da auch normale Granaten Granaten oh ach das sind noch Menschen die am Leben sind die noch nicht infiziert sind los die Menschen nach vorne schicken und sterben lassen wo sind die Menschen die Zivilisten meinte ich ok äh ich will an das Fahrzeug F benutzen und wie komme ich an das Maschinengewehr ran bitte oh ne ich steig lieber aus und es erklärt euch das Fahrzeug weil es ist schon am brennen so ach das ach das ein dickes Maschinengewehr verpiss dich hau ab gibs mir alles meins alle sterben Feinde alle Feinde müssen sterben oh da ist eine Küste ja ja links okay ich habe kommunikation verbraucht das gut mal checken wie das das noch ein bisschen ja ganz angenehm beide geht's pure aufmachen benutzen man ein das gibt jetzt brennt auf einmal gar nicht mehr an das mann ich muss wegwerfen und mann so jetzt aber ja ich bin noch maschinen da oben ich habe auch hier begrenzte muni aber das hat ein laser visier das ist echt geil seht ihr das visier seht ihr das visier es lecker nicht okay verstehe dann wenn das video kommt meine herren die verteidigung der spahnhof und alle die überirdischen eingänge im brust stehen und außerdem vermieden wir die tunsel in sicherer entfernung vom hauptgebäude die belisten und verbunden werden bis zur evakuierung sofort in die unteren ebnen gebracht und feuren werde ich verstanden ja ja das gute alte verstanden ja ja so gleite unter lkw und hindernisse um schnell die position zu wechseln und verfolge abzuschütteln aha aha kann man unter autos nähe unter lkws was für lkws habe ich überhaupt irgendwie gesehen keine ahnung also da in der stadt zumindest unsicherer hafen central station new york 24 august 9 uhr 2 oh shit das ist schon aliens ach da soll ich das erledigen oder wie wo ist das tor wie machen wir uns auf ach da ich muss da hin ach chillig komme ich hier durch af tor öffnen zack erledigt verbrügeln so läuft das game oh feuer okay das ist echt in gefahr irgendwas jetzt dann gibt es hat eingesammelt das ist echt gut und aliens ich sehe sie gar nicht ich muss dann eine vision aktivieren alles chillig oh shit da oben und schießen die da okay alles chillig in andere vision ausschalten energie sparen so in der vision wieder einschalten das sieht nach unseren aus das sind unsere jaja das sind unsere alles klar naja ob das kontrollieren auch was bringt weiß ich nicht so was muss man schließe dich der geländeverteidigung an central station an gelangen zu bahnhof ok und wie mache ich das denn jetzt so genau gerade gibt es ja nicht irgendwie eine leiter oder wäre echt schön so was zu wissen also gleich hier ja hier kommt man hoch ich nehme das machine wer okay verpiss dich hey hey hau ab macht man macht eine fliege will er nicht so muss man ja rüber ja ich denke schon dann komme ich jetzt hier genau ach hier fehlt nein hier kommt man nicht rüber ah hier ach hier kommt man durch man sieht auch gar nichts ich mache mal das ja oder menschen beziehungsweise soldaten ok da ist der sergeant na nee hier ist nicht der sergeant hier ist ein pc ist noch ein pc wir sprechen etwas man muss hier runter ja und wie komme ich denn jetzt darüber schön dass ihr alles abgeschlossen habt ach hier kommt man hoch wieder ja ich bin ich durfte nicht runterspringen muss hier hoch mama muss ja auch klettern er als ob die soldaten also klettern was passiert das ist abgestürzt hallo wartet mal was soll ich jetzt machen entweder verteidigen oder zünder finden also entscheidet euch doch bitte mal oh scheiße ich habe nur beschoss sterb alien hier sind zur hälfte maschinen diese aliens ist echt komisch ich sehe ihn durch die wand ledig zu so wo muss ich hin oh nein die maximale panzerung ausschalten da war es vier das gönne ich mir doch am besten das ist echt gut ich gebe mir auch ein bisschen money so man muss auf jeden fall auf die andere seite zeigt die map an das heißt los geht's so jetzt chill ich mal hier ne runde knall den ab so jetzt lade ich mal kurz energie wieder auf dann los geht's weiter von einer deckung zu anderen laufen tot mein mann 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 chillen geist weiter 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 scheiße aliens nein nur nicht erledigt das war schon gefährlich so kurz aufladen energie und weiter geht's kontrollpunkt erreicht ich liebe kontrollpunkte wisst ihr das ja ihr wisst es schon erledigt man muss den headshots geben dann erledigt man sie schneller und der wixer mit seiner rüstung das geht mir echt auf den sack was war das scheiß die muni ist echt knapp ich laufe mal kurz zurück sammeln noch ein bisschen muni auf und ich geh kurz aufladen da war irgendwo hinten muni ah da ne doch nicht hier sind halt irgendwie irgendwelche kisten aber die enthalten nix also äh na dann laufe ich mal ganz zurück besorgt mal da munition weil ich hab jetzt gar keine munition mehr aber ich kann steuern munition auch sammeln so dann gehe ich mal weiter eigentlich hatte ich noch ähm scheiße das machine gewehr hier oh nein das ist kein machine gewehr boah mit dem kann man richtig weg rasieren so dann äh rasiere ich mal richtig weg damit aktiviert maximale panzerung maxi ich kann nicht töten doch jetzt maximal raso aktiviert man damit trifft man auch gar nichts boah ich muss mal kurz hier energie aufladen naja so einfach nur durch die mitte zu rennen ist echt etwas schwierig dann gehe ich mal weiter so scheiße energie gering das ist echt scheiße müssen wir hier ein bisschen energie aufladen ein bisschen hier campi campi oder dir wird überall die ganze geschossen wo ist meine unterstützung und meine truppen irgendwie gar nicht zu sehen die eigenen truppen haben mich im stich gelassen die eigenen truppen weg mit dem million erledigt es ist nichts die den erledigen stopp so läuft das game ok ich habe noch ein bisschen zum nachladen so kurz nachladen wie weit muss ich eigentlich noch nicht durchkämpfen das geht auch echt gar nicht hm keine ahnung so maus nach vorne liegen maus bewegen ok kein problem erledigt nix alien erledigt oh von hinten werde ich beballert von da und von da Leute chill doch mal ne runde stirb alien so läuft das game nix da bitte scheiße ich von hinten meine güte jetzt habe ich keine munition mehr danke dass ich jetzt meine ganze munition auf euch verballert habe ich renne einfach weiter wo bin ich hier am stecken ich bin irgendwie hier am stecken oder kommt mir nur sofort nein ich muss in die richtung ok also wenn man im gebüsch ist dann kommt man nicht mehr hier raus ok so kopf zerballert nächster kopf wieso kann ich eigentlich ihre waffen nicht einsammeln der aliens das wäre echt mal eine hilfe hier in solchen situationen wenn man keine munition mehr hat da 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 80 meter oh gar nicht mehr so weit mehr was da oh scheiße das sind überall aliens ich muss hier mich vercampen wieder da kurz mal jetzt eine energie aufladen wow da kommt noch ein zweiter von denen huh chill ich nachladen von hinten scheiße sind echt zu viele von denen ich aktiviere das jetzt mal schnell zack ich will munition einsammeln nicht hier in der billige waffe ich denke ich muss doch echt dann zur waffe hier zu zurück greifen zu der l tag oh ach das sind granatenwerfer das ist natürlich echt geil Panzermodus ja dann verpurgel ich dich halt stirb zack das war ein oh oh rambo hit wo ist meine waffe man ich habe keine waffen gerade zur verfügung huh chill ich stirb dann man ich habe jetzt gar keine energie boah die ganze energie für den raketenwerferschuss verbraten also für den damage vom raketenwerfer stirb so läuft das game wo ist eigentlich meine waffe geblieben ich habe es ja ja eigentlich wo sind eigentlich meine waffen das würde mich ah hier ist die waffe ah da habe ich die waffe ja 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 so dann gehe ich mal runter weiter weiter